Dieses Mal richte ich mich nur an die PS4-Tennos unter euch. Warframe hatte mir gestern wieder ein E-Mail geschickt mit ein paar Codes für euch mit Platin-Gif-Aways. Und deshalb würde ich gerne mal wissen, sind hier eigentlich einige PS4-Spieler dabei oder ist das eher ein verschwindend geringer Teil von euch? Also am besten wäre es eigentlich, wenn ihr hier unter das Video kurz was drunter schreiben könntet oder wenn ihr das nicht wollt, einfach mal ein Like geben, damit ich mir mal einen Überblick machen kann, wie viele PS4-Spieler hier eigentlich sind. Generell wäre es schön, wenn mich nur ein, zwei mal anschreiben könnten, denn ich hätte zu PS4 eh noch einige Fragen. Seltsame Aufforderung, aber bitte wirklich nur liken, wenn ihr PS4-Spieler seid, andernfalls das Video hier bitte ignorieren.